Thema heute, Begegnungen mit dem Buddha. Ich habe ja in der Einladung schon geschrieben, dass es nur ganz, ganz wenige historische Ereignisse gibt, die eine wahrheitliche kosmische Dimension haben. Und das ist das Erscheinen der tiefsten Wahrheit in der Welt. Oder wenn man so will, das Erscheinen eines Buddha in der Welt. Und weil ein Buddha, ein Erwachter, ja nichts anderes ist als die personifizierte Wahrheit an sich. Und das ist deshalb so wichtig, weil das Erwachen anderer Wesen, der Menschen, abhängig ist davon, dass Buddhas erscheinen. Weil man normalerweise auf die Wahrheit selbst nicht kommt. Das ist das Hauptproblem. Und deshalb haben Erwachte auch ganz besondere Qualitäten und auch einen besonderen Beruf, nein, Beruf auch, ja einen besonderen Ruf, der ihnen vorausgeht. Er ist der Erhabene, wird gesagt, der Geheilte, vollkommen Erwachte, der im Wissen und Wandel vollendete, zum Heil gekommen, der Kenner der Welt, der unübertreffliche Lenker des anzuleitenden Menschen, der Meister der Himmelswesen und Menschen, erwacht, erhaben. Und jetzt der Satz, auf den es mir ankommt, glücklich, wem es vergönnt ist, einen solchen Heilskünder zu erleben. Warum? Weil in der Begegnung mit einem solchen Wesen eine geistige Wende in einem stattfinden kann, oder die entscheidende geistige Wende. Und weil mit dem Erscheinen eines Buddha auch eine Praxis, ein begehbarer Weg in die Welt gekommen ist. Jetzt kommt das kleine Aber. Es gibt ja in der Welt kaum was ohne Aber. Aber selten zeigt sich in der Welt ein vollendeter, ein heiliger, vollkommen Erwachter. Selten. Das bedeutet, dass dieses Ereignis eben nichts Alltägliches ist, was man jeden dritten Tag in der Zeitung liest. Obwohl wir in einem, es heißt, glücklichen Weltzeitalter leben, wo mit dem Buddha Shakyamuni schon in diesem kosmischen Zyklus der vierte Buddha erschienen ist. Vorher 30, 31 Weltzeitalter, kein Buddha. Davor 60 Weltzeitalter, kein Erwachter. Von daher kann man sich vorstellen, welche Seltenheit es tatsächlich ist, dass dieses Ereignis des Erwachens in dieser Welt stattfindet. Jetzt kommt noch ein Aber. Selbst wenn ein Buddha da ist, ist es ja immer noch nicht gewährleistet, dass man einem Buddha begegnet. Es braucht eine ganze Reihe von äußeren Bedingungen, dass das möglich ist. Das eine ist, man muss in demselben Zeitfenster geboren werden, wo ein Buddha da ist. Wenn ich nur 30, 40 Jahre vorher lebe und tot bin, nutzt mir das Ganze gar nichts. Ich muss auch in einem geografischen Umfeld leben, das irgendwo in der Nähe ist. Also wenn ein Erwachter in Indien erscheint und ich gerade Eskimo bin, dann ist ein Buddha da, ich bin da, aber es ist wie es sozusagen nicht gegeben. Der Nächste ist, dass man in eine kulturelle Nähe kommen muss. Man muss sozusagen die Art und Weise auch der Lehrvermittlung, der Sprache, des Verständnisses und so weiter haben. Ich darf nicht in Gefangenschaft sein, nicht? Also wenn der Buddha in Frankfurt predigt und ich gerade irgendwo im Gefängnis hocke, ist es auch nutzlos. Oder wenn ich krank bin, im Krankenhaus liege oder nicht mal die materiellen Möglichkeiten habe, nach Frankfurt ein Ticket zu lösen. Das sind jetzt so Beispiele, ich könnte unendlich fortsetzen, welche äußeren Bedingungen gegeben sein müssen, dass es zu einer Begegnung kommt. Aber, und das überrascht nicht, es braucht auch eine ganze Reihe von inneren Voraussetzungen. Also von dem Subjekt her müssen bestimmte Bedingungen erfüllt sein. Die wesentliche Bedingung ist, man braucht eine Affinität zu dem, was der Erwachte lehrt. Nicht jetzt mal ganz konkret zu dieser speziellen Lehre, aber man braucht eine innere Nähe zu Spiritualität überhaupt. Man braucht sowas wie eine religiöse Ader. Man muss irgendwie das Gespür haben, es gibt in dieser Existenz noch eine andere Dimension als die, die mir gerade vor Augen liegt. Da gibt es noch mehr. Dann wäre es auch ganz gut, wenn ich eine gewisse Verstandeskraft mitbringe. Man muss, um den Buddha Dhamma so zu verstehen, gar keinen besonders hohen IQ haben. Man muss kein Intelligenzler sein, aber ein Minimum von geistigen Fähigkeiten, die etwas aufnehmen und verarbeiten kann, muss gegeben sein, eine bestimmte Art und Weise auch des Fragens und des Bohrens und des Beantwortens von Fragen. Und das war vorhin schon mal so halb ein Gespräch, das taucht noch mal auf. Man braucht auch eine bestimmte Art von Flexibilität, um mit neuen Ideen und neuen Vorstellungen umzugehen. Wenn ich einer bestimmten Weltanschauung anhänge und nur die für richtig halte und nicht offen genug bin, auch mal das Ohr aufzumachen für etwas Neues, Unbekanntes, dann habe ich keine Chance. Und das Allerletzte, was ich nennen will, ist die Tatsache oder die Erfordernis, dass man auch bereit sein muss, das, was man da mal gehört hat und vielleicht auch verstanden hat und akzeptiert hat, auch in sein Leben zu integrieren und danach sein eigenes Leben auszurichten. Nur wenn diese ganze Komplexität von einzelnen Bedingungen gegeben ist, dann kann es zu fruchtbaren Begegnungen von Menschen, von Wesen mit einem Buddha überhaupt kommen. Und so heißt es an einer anderen Stelle, wie die Seltenheit eines Buddha betont wird, Selten zeigt sich in der Welt einer, der die Verkündigung der vom vollendeten, gewiesenen Leere und Zuchtverstehen im Sinne der Leere lebt. Das ist das ganze Tableau, das zusammengehört, damit ein fruchtbarer Prozess entstehen kann. Wenn man sich das so anhört, wird man ja fast meinen, ja, dann kommt sowas ja im Grunde gar nicht vor, dann ist das eher eine Ausnahme. Aber wenn man umgekehrt dann sich die überlieferten Lehrreden anguckt, dann begegnen einem dauernd diese Auseinandersetzungen zwischen einem Buddha und seinem Umfeld. Es sind zwar immer unterschiedliche Konstellationen, aber diese Begegnungen sind immer da gewesen und in sehr unterschiedlicher Weise da gewesen. Da gibt es einmal die Reaktion der völligen Ignoranz. Man guckt gar nicht hin, man hört gar nicht hin, auch dann ist ein Buddha wie nicht da. Dann sind immer wieder Fälle zu lesen oder zu hören, wo so eine krimmige Ablehnung die erste Reaktion war. Eine Feindseligkeit, ein Nicht-haben-Wollen, ein Weg-haben-Wollen dieser neuen Ideen. Sehr häufig gibt es entsprechend auch kopfschüttelndes Unverständnis. Was will denn der? So was Komisches. Das habe ich ja noch nie gehört. Was es alles in der Welt gibt. Dann ist ein Buddha auch wie nicht da. Und eine ganze Bandbreite finden wir auch bei solchen Personen, die so ein bisschen in sich gespalten sind. Die also gar nicht so wissen, wie gehe ich damit um? Sie haben heute Zweifel, morgen finden sie das gut und übermorgen denken sie wieder, da ist doch nichts Gescheites dran. Also das geht so hin und her mit einem zweifachen Ausgang. Die einen sind am Ende so weit, dass sie sagen, ja, 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 ich tue alles bei Seite an Zweifeln. Jetzt habe ich es verstanden, ich bleibe dabei. Und andere sind kurz davor und rutschen dann doch wieder sozusagen von der Schippe und nutzen die Chance nicht. Und das Letzte, was es auch gibt, dass es bei der ersten Begegnung sowas wie eine Dhamma-Liebe auf den ersten Blick gibt. Man sofort weiß, da bin ich richtig, hier docke ich an und hier gehe ich nicht mehr weg. Das sind so die Grundkonstellationen, die wir in den Lehrräten finden. Und ich habe ein paar Beispiele ausgesucht, die das so ein bisschen illustrieren, damit man sich das auch ein bisschen praktischer vorstellen kann. Wir werden sehen, dass das sehr variantenreich ist, insbesondere weil die Konsequenzen, die sich aus den Begegnungen ergeben, sehr unterschiedlich sind. Jetzt fragt man sich vielleicht nach dem Motiv, warum beschäftigt man sich damit? Also was ich nicht möchte, einfach nur Anekdoten zu erzählen. Damals war das, damals war das und dann geht der Abend rum. Sondern ich denke, dass diese Art der Beschäftigung auch durchaus einen vernünftigen Lerneffekt bringen kann für uns. Einmal kann man sehr deutlich etwas allgemein über die menschliche Psyche lernen. Man kann sehen, wie der menschliche Geist mit dem menschlichen Herz funktioniert. Dann kann man genauso gut etwas über sich selbst lernen, weil in diesen Beispielen findet man sich entweder wieder oder findet sich gar nicht wieder. Also hier wird so etwas auch wie ein Spiegel vorgehalten, wo man reingucken kann und selbst sehen kann, was los war. Und das Letzte, was auch nicht uninteressant ist, man lernt etwas über die Geschichte des Buddhismus. Man lernt etwas über das Historische, gerade über die frühe Zeit, als sich damals in Indien ausgebreitet hat und sieht, wie sich das so konkret abgespielt hat. So, das war die Einleitung. Wir können gleich zum ersten Beispiel kommen. Und das sind zwei Männer, zwei Brüder. Tapusa heißt der eine und Balika heißt der andere. Der Ausgangspunkt für diese Szene ist folgende. Der Bodhisattva ist in Uruvela gerade ein Buddha geworden. Also es ist die ganz frühe Zeit, wo erstmals ein Buddha überhaupt in der Welt erscheint. Und es heißt ja, dass sie die ersten Wochen nichts anderes tut, als von einem Baum zum anderen zu gehen und jeweils sieben Tage unter diesem Baum zu verbringen, um dieses Ungeheure seines Erlebens, seines Erwachens in den eigenen Geist hineinzubringen, diesen eigenen Geist umzuprogrammieren. Dann heißt es immer schön dazu, das Glück der Erlösung genießend. So, und aus der vierten Woche, also sind wir ganz am Ursprung, in der vierten Woche wird folgende Episode berichtet. Das sind zwei Brüder, die Kaufleute sind, ich habe den Namen genannt, Tapusa und Palika, die mit einer großen Karawane unterwegs sind. Und die kommen an eine Stätte, Königsstättenbaum heißt es, wo der Buddha gerade sitzt. Und jetzt gibt es zwei Varianten in der Überlieferung. Die eine Überlieferung sagt, ja, das sei ein Deva, ein jenseitiges Wesen, das die beiden sozusagen angestachelt hat. Du, da vorne ist einer, geht da nicht vorbei, sondern kümmert euch und den bietet dem was an. Und die andere Variante sagt, diese Karawane hätte zwei clevere Leitstiere, die irgendwie instinktiv geahnt haben, wenn was los ist. Also wenn Gefahr war, Raubtiere, Überfall oder sowas, blieben die stehen und gingen nicht weiter. Und das war da der Fall. Und da sahen die beiden Brüder, sahen den jetzigen Buddha unter dem Baum sitzen und da gehen sie auf ihn zu und wollen ihm einen, ja, Leckerbissen überreichen. Also was die beiden da tun, ist etwas, was ihrem natürlichen Empfinden entspringt, was auch im damaligen Indien eine weitverbreitete Selbstverständlichkeit war. Man möchte spirituellen Wesen, Asketen etc. etwas Dana geben, etwas anbieten auch, um etwas dafür zu bekommen, gutes Karma zu machen. Und so ist es hier auch. Sie bieten dem Buddha Honigplätzchen an und er nimmt die auch und danach gibt es so ein kleines Gespräch, wie das so üblich ist. Der Buddha sagt ihnen ein paar nette Worte. Ich denke an die Devas, die sind auch nur Devas geworden, weil sie großzügig waren, weil sie auf die Silas geachtet haben und sowas. Und diese beiden Brüder haben in sich eben eine grundreligiöse Ader, die ihnen sagt, es gibt etwas wie eine jenseitige Dimension und wir werden auch nach dem Tod nicht einfach nur verscharrt, es geht weiter. Also ist es immer gut, wenn man großzügig ist, etwas gibt, weil das für die eigene Zukunft etwas bringt. Und das Überraschende dabei ist, dass sie dann unmittelbar nach diesem kurzen Gespräch mit dem Buddha sich als seine Anhänger bekennen. Wir Urhabene nehmen unsere Zuflucht zum Erhabenen und zur Lehre. Als Laienanhänger möge uns der Erhabene betrachten von heute an für die ganze Lebenszeit. Das ist eine, würde man heute sagen, spontane Zuflucht. Also die wussten vor zehn Minuten noch nicht, dass sie zehn Minuten später sozusagen Buddhisten sein werden. Ich sagte, dass sie das aus einem Grundvertrauen herausgetan haben, weil eine religiöse Ader in ihnen war. Und das ist häufig ein Grund, dass in der Begegnung mit einem Erwachen gerade das, was vielleicht noch so ein bisschen in einem Schlummert aktiviert wird und da jetzt so einen Push bekommt, weil der Buddha ja in der Lage ist, auch die besten Möglichkeiten, die man so hart in sich spürt, die da jetzt ans Tageslicht zu bringen. Vielleicht waren sie auch zusätzlich noch beeindruckt von dieser Person. Also ein Buddha zu sehen, muss schon einen Eindruck auf jemanden machen. Und unter Umständen auch noch ein bisschen gepusht von den Devas. Ja, 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 guck. Also der ist wichtig, bleibt dabei. Interessant, wenn man die buddhistische Geschichte sich anguckt, ist hier Folgendes, dass hier Zuflucht genommen wird, aber nicht die übliche dreifache Zuflucht, sondern natürlich eine zweifache Zuflucht, denn den Sangha, die Gemeinschaft, gab es ja noch gar nicht. Und selbst die Lehre war ja noch nicht entfaltet, die war ja noch nicht dargestellt, sodass diese Zuflucht etwas sehr minimalistisch war, aber sie hat immerhin stattgefunden. Und es ist auch interessant, finde ich, dass die ersten Anhänger des Erwachten gar keine Mönche oder Nonnen waren. Es waren Laienanhänger. Und das wird ja meistens ein bisschen vernachlässigt, weil viele Menschen das Gefühl haben, na ja, Buddhismus ist etwas, was Ordinierte angeht, aber nicht für das Normale. Und damit haben diese beiden eine historische, oder sie haben Geschichte geschrieben, sagt man heute, weil sie die ersten beiden an der Spitze der Laienjünger waren, die zuerst Zuflucht nahmen, sagt der Buddha. An dieser Spitze stehen die Kaufleute Tapusa und Balika. Das war der Start ihrer Dama-Karriere, wenn man so will. Beide tauchen dann im Kanon noch gelegentlich auf, nicht oft, aber immer mal wieder. Und es wird berichtet, dass sie einmal in Raja Gaha eine längere Predigt des Erwachten gehört haben. Und später werden sie mit anderen Hausleuten zusammen noch mal gerühmt dafür, dass sie sechs herausragende Eigenschaften haben. Die will ich euch nicht vorenthalten. Mit sechs Eigenschaften ausgestattet, hat der Hausvater Tapusa Gewissheit erlangt hinsichtlich des Vollendeten. Er hat das Todlose geschaut und lebt in der Verwirklichung des Todlosen. Welches sind diese sechs Eigenschaften? Unerschütterliches Vertrauen zum Erleuchteten, unerschütterliches Vertrauen zur Lehre, unerschütterliches Vertrauen zur Mönchsgemeinde, edle Sittlichkeit, edle Erkenntnis und edle Befreiung. Ist schon was. Und wenn man sich nicht mit den Details beschäftigen will, das brauchen wir im Moment nicht, aber eine Sache kann man da rausziehen, dass die Formulierungen eindeutig belegt, dass beide Brüder Strom eingetreten sind. Das kann man an den Indizien festmachen, dass sie unerschütterliches Vertrauen später dann in Buddha Dhamma Sangha haben und die Ethik als ihren Grundstock in der Ausrichtung ihrer Lebensführung behalten haben. Damit ist bei Ihnen ein Same gelegt, der jetzt schon doch ziemlich weit aufgegangen ist, aber in dem künftigen weiteren Leben der beiden doch sich ganz unterschiedlich zeigt und auswirkt. Von Tapusa kennt ihr wahrscheinlich eine Aussage oder ein Gespräch. Er kommt nämlich eines Tages zu einander erst und dann zu Buddha und es treibt ihn eine Frage um, die viele umtreibt. Er sagt nämlich, wir als Hausleute genießen die Sinnendinge, finden an den Sinnendingen Freude, Gefallen und Entzücken. Uns Hausleuten aber, die wir das tun, uns düngt die Entsagung gleichsam ein Abgrund. Doch habe ich gehört, Ehrwürdige, dass in dieser Lehre und Ordnung schon bei ganz jungen Mönchen das Herz einen Drang fühlt zur Entsagung. Also das ist sein Lebensproblem gewesen. Auf der einen Seite sagt er sich, ach, mir gefällt das so hier. Das Leben ist doch schön, man kann sich was gönnen, das macht auch Spaß. Aber auf der anderen Seite kriege ich auch mit, dass schon so ganz junge Kerle, die eigentlich das Leben noch vor sich haben, dass die sagen, nee, nee, wollen wir nicht, wir wollen was anderes. Sag mir, Buddha, sag mir, aneinander, wie soll ich damit umgehen. Und da erzählt der Wachte über seine eigenen vergangenen Aktivitäten, über seinen eigenen Entwicklungsweg und sagt, jetzt verkürzt, es ist völlig klar gewesen, mir in meinen jungen Jahren schon völlig klar gewesen, dass man mit den Sinnen Dingen nicht weit kommt, dass die nichts taugen. Aber ich habe auch früh gemerkt, dass mit diesem Wissen, das Verlangen nach diesen Sinnesdingen ja noch nicht aufgehoben ist, sondern dass dann erst die kontinuierliche Arbeit beginnt und erst wenn man diesen Zwiespalt weiß und weiß auch, dass diese Umschichtung einen langen Zeitraum braucht und dass man die Sinnendinge erst wirklich dann konkret und dauerhaft aufgeben kann, wenn man etwas anderes, Besseres dafür hat, dann hat man eine Chance mit dem Thema und dem Problem fertig zu werden. Und das glaube ich hat der Busser ganz gut erkannt. Er hat, wenn man so will, sich für den leichteren Weg entschieden, als Laie, als Hausmensch sozusagen, aber da er den Stromeintritt damals schon hatte, war das ein genauso sicherer Weg wie der, den sein Bruder gegangen ist. Der hat die ganze Schoße ein bisschen intensiver angepackt, er wollte direkt und schneller vorankommen, ist deshalb Mönch geworden und hat auch in diesem Leben die Freiheit noch erreicht. Von ihm ist in den Terragata, also in den Liedern der Mönche, ein Vers überliefert, wo er deutlich macht, da, ich bin sozusagen durch. Wer von sich stieß des Todeskönigs her, wie Binsenbrücke schwache Kraft die große Woge, ein Sieghafter, der aller Furcht entgangen, der ist gezähmt, erloschend ganz, steht in sich selbst. Das ist der Ausdruck dafür. Ich habe es hinter mir, ich habe sozusagen alle Fressen abgeschüttet und bin autonom, ich bin frei. Also Selbstzeugnis für das Erreichen des Nirvana. Nehmen wir mal ein kurzes Fazit von dieser ersten Begegnung von zwei Brüdern mit dem Buddha. Hat man irgendwo das Gefühl, das ist wie was Zufälliges gewesen. Die haben das ja nicht geplant, wie viele andere auch. Wir gehen mal hin zu den Buddha und hören ihn an, sondern ist den Weg gelaufen. Klammer auf, natürlich trotzdem karmisch gewirkt, sonst würde das nicht passieren, aber ich nenne es mal in Anführungsstriche eine Zufallsbegegnung, die doch extrem in dem Fall erheilsame Konsequenzen hat. Das war der erste Akt, der zweite soll folgen, den Namen kennt ihr Anata Pindigo. Das ist sozusagen ein bekanntes Feld, aber es interessant, diese Person auch unter diesem Aspekt mal zu beobachten, wie hat es denn und wann hat es denn bei ihm geschnackert. Also wir sind wieder in der ganz frühen Zeit. Der Buddha ist gerade eben sozusagen aktiv und dieser Anata Pindika ist ja ein reicher Kaufmann, der in Savati lebt, das ist im Land Kusalo und er ist verheiratet mit einer Frau, das ist die Schwester eines Gildemeisters in Ratschagaha, das ist Magadha, also im Ausland und dieser Kaufmann, damals auch schon international unterwegs, ist oft in Ratschagaha gewesen, um seine Geschäfte dort zu machen und wenn er dort war, hat er natürlich bei seinem Schwager übernachtet und ist da entsprechend willkommen geheißen worden, ist da entsprechend betüttelt und first class behandelt worden. So eines Tages taucht er da wieder auf und denkt naja, jetzt reißen sie sich wieder die Beine aus, aber nichts davon, alles rennt im Haus umher, große Hektik, große Auftrieb, aber keiner kümmert sich um den Jungen. Ich dachte, was ist jetzt los, holt er einen bei, holt seinen Schwager bei und sagt, was ist denn los, heiratet deinen Sohn morgen, dass hier so ein Auftrieb ist, oder kommt der König Bimbisarro vorbei, dass er so einen großen Vorbereitungsschub hier hat? Nein, da antwortet der Schwager so, oh nein, ich habe für die morgige Speisung den Orden mit dem Buddha an der Spitze eingeladen. Sagtest du gerade, Buddha? Buddha? Ja, ich sagte, Buddha. Sagtest du gerade, Buddha? Ja, ich sagte, Buddha. Eine Äußerung wie diese ist in der Welt schwer zu bekommen. Ein Buddha, ein Buddha. Das muss man sich mal vorstellen. also diese Szene spielt in der, wie ich sagte, dritten Regenzeit, nachdem der Erwachte überhaupt da war. Und es war in Indien sozusagen noch gar nicht bekannt, dass ein Erwachter wieder leert, wieder unterwegs ist. Und das hatte sich bis Savati, wo Anato Pindika lebte, noch gar nicht rumgesprochen. Der wusste das nicht. aber seine Reaktion ist erstaunlich. Er erfährt, wenn man so will, wie beiläufig, ja, ja, der Buddha kommt morgen und ist wie elektrisiert, kann man sagen, wie sozusagen aus dem Häuschen, als er das hört, ein Buddha. Und das zeigt, dass er offensichtlich wusste, was ein Erwachter ist. Da gab es ja noch das Raunen und das Flüstern, dass es in alten Zeiten Erwachter gegeben hat, die der Welt den Schleier des Nichtwissens sozusagen wegtun. Das war ihm schon bekannt und zwar ihm auch bekannt, dass solche Wesen immer mal wieder auftauchen. Aber jetzt in dieser Situation plötzlich heißt es, ja, morgen kommt er. Da drüben sitzt er und kriegt also ein Reißbrei. Und das hat natürlich Anato Pindikas Aufenthalt schon durcheinander gewirbelt, weil jetzt der einzige Gedanke ist, ja, da muss ich hin und zwar sofort. Ist es denn möglich, Wachter, gerade jetzt zu diesem Erhabenen hinzugehen, um ihn zu sehen, den Heiligen vollkommen erwachten? muss er sich aber sagen lassen, das ist ein bisschen zu spät für heute. Also er muss dich schon gedulden. Für morgen kannst du dich dann bereit machen, aber heute wird das nicht gehen. Also er ist innerlich wie aufgekratzt, kann man bald sagen, denn er kann die ganze Nacht nicht richtig schlafen. Er wacht dreimal auf und denkt, oh je, ist ja schon früh, jetzt liegst du wie weg und muss dann immer feststellen, nee, es ist ja immer noch nachts legt er sich wieder hin und wie wenn wir ab Weihnachten warten, ist die Zeit irgendwie nicht vorbeigegangen. Aber das zeigt ja etwas über die Psyche dieses Mannes, dass der eine große, große innere Nähe zu dem Phänomen eines Erwachten schon hatte, dass er praktisch darauf gewartet hat, ob das bewusst war oder unbewusst, dass so jemand auftaucht und dass er eine große innere Gewissheit hat, dass das für sein eigenes Leben eine außerordentliche Bedeutung hat. Also er muss merken oder sich sagen lassen, heute ist es zu spät, am nächsten Tag macht er sich aber dann schon früh auf den Weg. Aber wie das so ist, damals war sein Schwager schon Anhänger des Erwachten, aber auch in der frühen Zeit gab es schon Gegner des Erwachten, also Wesen, Menschen, die gar nicht interessiert waren, dass sich die Wahrheit, die tiefste Wahrheit wieder verbreitet, dass sich menschliche Lauterkeit, Integrität, dass die sich weiter verbreitet. Es gab entsprechende Widersache des Erwachten und interessant für uns heute, dass es auch Jenseitige waren, die da schon da ihre Fäden gezogen haben, entsprechend unterstützt haben und entsprechend auch den Menschen Steine in den Weg gelegt haben. Und so lesen wir in der Biografie des Erwachten, dass es da Jenseitige gab, die ihm das Tor aufmachten zu dem Park, in dem der Wachte war. Andere haben bildhaft gesprochen Nebel erzeugt oder Dunkelheit erzeugt, um ja diesen Menschen irre zu führen. Da kann man sich vorstellen, dass Anata Bindica in dieser Situation schon ein bisschen hin und her gerissen war und durcheinander war. Hatte schon Angst, soll ich jetzt weitergehen, soll ich besser zurückgehen, was mache ich denn jetzt? Und da gab es aber ein wohlwollendes Wesen, ein Jakkar, wird gesagt, Sivakkar war sein Name, der ihn jetzt anspricht. Er sagt, 100 Elefanten, 100 Rosse, 100 Wagen mit Maultieren bespannt, 100.000 Mädchen mit ihrem Ohrschmuck aus Juwelen, die sind alle nicht den sechzehnten Teil eines einzigen Schrittes wert. Gehe hin, Hausvater, gehe hin, Hausvater, hingehen ist besser als umkehren. Also das war ein deutlicher kann man das nicht sagen, für einen Kaufmann, der auf Geld guckt, der auf Gewinn guckt, der sieht, wie er sozusagen im materiellen zurückkommt. Dem zu sagen, ein einziger Schritt ist mehr wert als ein Sechzehntel von einem Riesengewinn, den du machen kannst, ist natürlich schon etwas, was einerseits schwankend gemacht hat, andererseits aber wieder ihn verlockt hat, diesen Schritt zu gehen. Es ging dreimal hin und her, dass er gesagt hat, nein, ich gehe nicht, doch, ich gehe, lange Rede, kurzer Sinn, am Ende neigte sich sein Gemüt zum Gehen und er ist weitermarschiert. Zu jener Zeit aber war der Erhabene, da die Nacht hell wurde, aufgestanden und er ging sich im Freien. Es sah aber der Erhabene den Hausvater Anathapindika von ferne herankommen. Wie er ihn sah, stieg er vom Wandelgang herab und setzte sich auf den für ihn vorbereiteten Sitz nieder. Nachdem er sich niedergesetzt hatte, sprach er zu dem Hausherrn Anathapindika also, komm her, Sudatha. Dann dachte der Hausvater Anathapindika bei meinem Namen redet mich der Erhabene an und fiel auf der Stelle mit seinem Haupte zu den Füßen des Erhabenen nieder und sprach also. Da muss man den Hintergrund dieser Namen kennen. Also Anathapindiko wörtlich übersetzt heißt es der Speiser der Weisen oder der Unbeschützten. Und das war im Grunde der Spitzname von Anathapindika. So kannte man ihn, aber sein bürgerlicher Name war Sudatha. Und es heißt, er habe im Hingehen gedacht, wenn das ein Buddha ist, dann weiß der, wer ich bin. Und dann sagt er nicht Anathapindika zu mir, dann sagt er Sudatha zu mir. Und das ist auch passiert und hat ihn dadurch natürlich entsprechend noch bestärkt in seinem Vertrauen. Das scheint wirklich ein größeres Wesen zu sein, das über Herzensdurchschauung verfügt. Ein Wesen, das sieht, wer wer ist, selbst wenn man da verkleidet auftacht. Also das hat ihn erst mal baff gemacht und jetzt spricht er doch den Buddha an. hat der Habende wohl geruht, also hast du gut geschlagen. Immer da wahrlich ruht wohl der Brahmane, der in das Nirvana einging, der nicht mehr klebt an sinnlichen Genüssen, kühl geworden, ohne Lebensgüter. Nachdem man alle Begierden abgeschnitten und die Pein des Herzens beseitigt hat, ruht wohl der Befriedete, der den Frieden der Seele erreicht hat. Man kann sich vorstellen, wenn man da vor einem Buddha steht, dass einem dann nicht so was das Tollste gleich einfällt. Und Anatha Pindiga ist halt eingefallen, haben Sie denn gut geschlafen, lieber Herr Gutamor? Aber er lacht natürlich nicht darüber, wie wir vielleicht lächeln jetzt, sondern er gibt die Antwort aber auf einer ganz anderen Höhe. Er sagt, ja, ich habe gut geruht, aber Buddhas ruhen immer gut. Aber nicht nur, dass sie ihren physischen Körper irgendwo hinlegen und sie haben damit nachts keine Probleme, weil das Kreuz nicht wehtut, sondern ein Buddha ruht deshalb gut, weil er den inneren Frieden gefunden hat. Also in der Übersetzung heißt es Frieden der Seele, aber in Pali steht Santi und Ceto, also es ist die Gemütsruhe, dass der Geist seinen festen Ankerpunkt gefunden hat und von nichts mehr beeinträchtigt werden kann. Und daran sehen wir, dass hier der Buddha mit Anatha Pindika ganz anders umgeht als mit den beiden Brüdern vorher, denen er so ein bisschen was Allgemeines gesagt hat, Allgemeingültiges. Hier hängt er die Messlatte sofort ganz hoch, in dem er das höchste Ziel der Dharma Praxis ihm zeigt, den Inneren, den Herzensfrieden zu finden. Und dann setzt sich diese Belehrung noch einmal fort, das kann ich jetzt überspringen, das muss ich im Detail nicht machen. Es wird hier so eine systematische Einführung noch folgen, die uns ja öfter mal begegnet, wo erst über das Geben gesprochen wird, dann über das ethische Verhalten, dann die Frage der Fortexistenz, jenseitige Welten, dann die Dimension des bramischen Seins, bis hin zu den vier Heilswahrheiten, die am Ende ganz raus aus dem Schlamassel führen. Und dann heißt es folgendermaßen über den Anata Pindika, wir kennen diese Formel auch und wissen, was das bedeutet. Genauso wie ein sauberer, fleckenloser Stoff gut Farbe annehmen würde, so ging dem Haushälter Nata Pindika dort auf dem Sitze das reine, klare Auge der Wahrheit auf. Wenn irgendetwas als seine Eigenschaft das Entstehen hat, all das hat als seine Eigenschaft die Vergänglichkeit. Und das ist das Auge der Weisheit, die das Entstehen und Vergehen der Dinge sieht. Und wer das Entstehen und Vergehen der Dinge tief sieht, der hat den Status des Stromeintritts erreicht. Und damit ist eigentlich programmiert, wie das weitere Leben aussehen kann. Auch hier ein kurzes Resümee, wenn man sich deutlich macht, welche Qualität diese Art von Begegnung hatte mit dem Buddha. Also einmal äußerlich, ich habe das für mich mal gesagt, da wird ein Buddha sozusagen frei Haus geliefert. Da ist er. Du musst da konkret in diesem Moment gar nichts mehr tun. Er wird dir wirklich vorgesetzt. Und damit wird dir auch ermöglicht in der unmittelbaren Begegnung, dass dein Inneres im Moment, wenigstens in diesem Moment auf die höchste Höhe deiner Möglichkeiten geschraubt wird. Also du bist offen für die Wahrheit, die du sonst nicht so leicht fassen würdest. Und innerlich war es bei Anad Tapindika ja so, dass er ohnehin schon eine Buddha Orientierung hatte. Er hatte schon eine große Affinität. Er hatte auch genug Verstandeskraft, um diese Wahrheit, die ihm da angeboten wurde, ohne jetzt lange Nachfrage, ohne jahrelanges Studium sofort zu fassen, den Kern zu verstehen und auch zu verinnerlichen. Und eine Besonderheit ist hier, ich hatte sie erwähnt, dass in diesem Gesamtkomplex auch sich jenseitige Wesen einschalten. Was in unserem Lebenszusammenhang zumindest befremdlich klingt, weil wir das in unserem Lebenszusammenhang gar nicht wahrnehmen, ob und wenn und wo sich irgendwelche nicht sichtbaren Wesen in unsere Lebensbelange einordnen. Und das Entscheidende dabei, dass hier eine Begegnung stattgefunden hat, wo gleich dann der Erstkontakt bedeutet hat, da hat jemand den Strom Eintritt. Also besser kann man es eigentlich gar nicht oder es geht immer noch besser. Wenn wir Sariputta uns anschauen als Beispiel, da war es schon noch ein bisschen besser, aber man will ja bescheiden sein. Also so ein Strom Eintritt gerade mal bei dem ersten Gespräch mit einem Erwachten ist nicht wirklich zu verachten, würde ich mal sagen. So, wie geht es weiter? Drei Worte nur. Anathapindikan im Zuflucht gehört also dazu, ist als Laienanhänger sein ganzes Leben lang ein großer Unterstützer des Sangha und wie es heißt, wird er später nach seinem Tod in Tusita Deva Bereich wieder geboren. Also noch im sinnlichen Bereich, aber immer schon in einer Klasse, wo man sagen kann, ist in Ordnung, kann man sich nicht beschweren. Jetzt kommt ein Beispiel, wo es schief geht. Es läuft eben nicht immer glatt, manchmal geht es auch in die Rose. Und zwar findet ihr das in der D25, da ist diese Episode geschildert, der Pilger Nikrodo heißt er. Schauplatz ist wie der Raja Gaha, das hatten wir vorhin schon mal, im Pilger Garten unter der Vogelfeit, so heißt es. Hier gibt es einen Anhänger des Buddha, Sandano heißt er, der ab und zu mal mit Vertretern anderer Religionen spricht und er ist zu diesem Nikrodo und so einem Park da gegangen, hat ein Gespräch angefangen, sagt, ja, bei uns Buddhisten ist das ja ein bisschen anders als bei euch. Ihr liebt ja die Geselligkeit mehr, bei uns mehr Zurückgezogenheit und ihr führt ja gerne machen weltliches Gespräch, während es doch bei uns mehr beschaulich zugeht, ihr wird das Schweigen mehr gepflegt und so weiter. Naja, diese Pilger sagen dann nicht, ja, ja, bei euch ist alles besser, sondern das Gegenteil natürlich, sie fühlen sich überlegen, wir sind ja Asketen schließlich und von oben herab behandeln sie den einfach und sagen, naja, der Buddha, der kann ja nicht immer ein vernünftiges Gespräch führen, der hat so lange in seiner Höhle abseits gelebt, dass ihm das Sinn verwirrt ist, wenn wir dem nur eine Frage stellen, dann haben wir ihn schon aus der Bahn geworfen, aber dummerweise hört es der Buddha gerade, kriegt es mit, dass die da reden und wie das so ist, er kommt dann in der Gegend hingelaufen, sie sehen ihn dann von weitem kommen und sagen, oh, da kommt er, seid mal ruhig, vielleicht kommt er dann doch bei uns mal vorbei. So war das, der Buddha kommt in die Nähe und Nikodo spricht ihn jetzt sehr höflich an. Es komme Herr der Erhabene, gegrüßt sei, oh Herr der Erhabene. Lange schon, oh Herr, hat der Erhabene hoffen lassen, uns hier einmal zu besuchen. Möge sich, oh Herr der Erhabene setzen, dieser Sitz ist bereit. Wir sehen da schon so eine gewisse Ambivalenz. Auf der einen Seite so von oben herab, der Buddha, was ist das schon für einer, auf der anderen Seite jetzt, wo er auftaucht, ganz klein geworden. Vielleicht auch aus dem Empfinden heraus, wenn der dir so gegenübersteht, dann ist das doch eine andere Person, als wenn man nur in der Ferne über ihn redet. Das Überlegenheitsgefühl von vorher ist jetzt mehr oder weniger gewichen und es kommt auch so ein bisschen das Interesse auf, ein Gespräch zu führen. Denn man muss wissen, in der damaligen Zeit war das, was wir heute interreligiöse Dialog nennen, war damals Gang und Gebe. Da haben sich viele Religionsführer relativ oft getroffen und diese Debatten sind oft auch öffentlich geführt worden. Also setz dich doch hin, lass uns mal miteinander reden. Und jetzt fragen sie ihn und wollen wissen, was denn eigentlich die Kernlehren des Erwartens sind. Sie wollen wissen, wenn die Schüler zu dir kommen, was können die von dir erwarten, was kriegen sie geboten. Und der Buddha sagt, das ist ein bisschen schwierig, so aus dem Stand euch einfach zu sagen, ihr würdet das nicht gleich verstehen. Besser ist es, wir reden mal über eure Lehren und dann gucken wir mal, wie sich das zueinander verhält. Das sind die erst mal ganz angetan, das sind die gar nicht gewöhnt, dass sie auch mal zu Wort kommen sollen, wenn so ein anderer auftaucht. Und sie sagen von sich aus, ja, bei uns spielen zwei Dinge eine Rolle, sie nennen das Buße und Abscheu. Den Worten kann man entnehmen, dass das Asketen sind, die ein sehr asketisches Leben führen, mit Selbstkasteiung und Selbstqual, diese Truppe, die sich das Leben ein bisschen schwer macht. Der Buddha hört sich das an und sagt, ja, das ist eine interessante Sache, aber lass uns das mal untersuchen, ob in dieser Art von Lebensführung irgendwelche Gefahren vielleicht drin sind. Könnte ja sein. Und dann reden sie im Dialog hin und her. Die Leute sind ganz begeistert, weil sie sagen Folgendes, außerordentlich in der Tat ganz wunderbar ist, Asketen Gotthammer hohe Macht, dass er allen Ernstes seine eigene Meinung hint ansetzen und einer Äußerung von anderer Seite das Wort reden macht. Das war ihnen noch nicht begegnet, dass einer freiwillig sagt, erzähl mal und wir untersuchen das. Und jetzt gucken sie sich das näher an. Und da wurde sagt, überleg doch mal, wenn jemand zu Asket ist. Wo sind dann die Stolpersteine? Wo kann es denn schief gehen? Könnte es nicht sein, dass man da in der Praxis irgendwann mal so eine Selbstzufriedenheit hat? Dass man sagt, was wir so machen ist gut und Schluss damit. Ja, das gibt es, das kann sein. Und weiter, ja, könnte es nicht sein, dass man aus falschen Motiven das macht, dass man vielleicht nur darauf schielt, dass man irgendwie Ruhm und Ehre gewinnt. Ja, nach dem Motto, Mann, das sind Kerle, das sind das, gehen die, ringen sich was ab. Ja, das gibt es auch. Oder kann es nicht sein, dass ihr das nur macht, oder dass man diese Praxis nur verfolgt, damit man einfach mehr Dana kriegt, mehr Unterstützung. Auch wieder nach dem Motto, das sind die wahren Kerle, guck mal da, was die sich abverlangen und die anderen, die Weicheier da, die buddhistischen Weicheier, wir geben lieber denen was. Ja, das könnte auch sein, aber wie das so ist, das gilt ja immer nur für die anderen, diese Gefahren, wir sind ja da völlig frei. Das stand so im Hintergrund. Und jetzt holt der Buddha tief Luft, ja, ja, aber ihr alle diese Gefahren beiseite lasst, wenn ihr die alle überwindet, euch nicht darauf irgendwie einlasst und fehl geht, dann seid ihr beim Entscheidenden überhaupt nicht angelangt. Das ist natürlich heftig, wenn ihr sagt, alles läuft top bei euch, aber ihr seid noch nicht mal an dem Punkt, wo es ankommt. Dann müssen wir natürlich mal schlucken jetzt in der Situation. Aber da wachte Sach dann in einer Art schnell Fassung, ein sieben Meilen Stiefel Schritt, was denn spirituelle Praxis bedeutet. Ich sage wirklich sieben Meilen Stiefel, denn er sagt, ethisches Verhalten, dann springt er gleich, Aufhebung der Hemmung, das heißt Übergang zum Samadhi, höchste Entfaltung von Metta, Formlosigkeiten und darüber hinaus. Da sind die natürlich erst mal geblättet, aber auf der anderen Seite haben wir gehört, dass da so eine Art Grundvertrauen dann schon da war. Es wäre jetzt die Chance gewesen, wenn man die noch ein bisschen weiter positiv gestimmt bearbeitet hätte, dass es da funktioniert hätte. Jetzt passiert aber was ganz Dummes. Dieser Sandano, von dem ich anfangs sprach, dieser Anhänger des Erwachen, der das Vorgespräch geführt hatte, der dachte jetzt, jetzt sind sie so weit, jetzt sind sie weich geklopft, nach dem Motto, jetzt haben sie angebissen und jetzt erinnert er sie an das, was sie vorher erzählt haben, nach dem Motto, jetzt guckst du, das ist sozusagen mein Buddha und was hast du vorhin gesagt, den werden wir mit einer Frage in die Knie zwingen und er kann ja kein vernünftiges Gespräch führen, weil sein Geist verwert ist. Dösbattel muss man fast sagen, aber der macht ja wirklich alles kaputt, weil in dem Moment die innere Situation völlig umkippt, wo vorher noch so eine Öffnung war für etwas Neues, für etwas Höheres, wo so eine Art Vertrauensbasis entstanden ist, ist die auf einmal weg, weil der Betreffende sich einfach beschämt fühlt, er fühlt sich jetzt vorgeführt, er fühlt sich jetzt in einer saumäßigen Situation. Also angesprochen war Nikrodo der Pilger stumm geworden, verlegen geworden, mit gebeugten Schultern auf den Boden vor sich hin starrend, ohne eine Antwort zu finden, saß er da. Und jetzt fragt ihn der Buddha noch dazu, hast du das wirklich gesagt, stimmt das, was der da sagt? Ja, ja, stimmt, muss ich zugeben, habe ich gesagt. Ich weiß auch oder wusste auch vorher schon, dass es im Grunde falsch war, aber na gut, ich habe es trotzdem gesagt. Also, Nikrodo ist peinlich berührt, er sieht sich in einer argen emotionalen Lage, aber er bringt es eben nicht fertig, diesen Schritt zu gehen und sagt, okay, alles war Quatsch, ich entschuldige mich dafür, lass uns da mal weitermachen, wo wir eben waren. So, das Gegenteil ist der Fall, der innere Hammerfeld, die Jalousie geht zu, Blockade aufgebaut. Buddha gibt noch eine Chance, jetzt sagt er, Leute, versteht mich nicht falsch, ich bin nicht hier etwa, um Schüler abzuwerben. Also, wenn ich das jetzt darstelle, nicht, damit ihr zu mir kommt. Ich will auch nicht, dass ihr euren Chef, den Seite tut, ich will nicht euer Chef werden. Ich will auch nicht mal eure alten Gewohnheiten und Gepflogenheiten in Frage stellen, sondern ich biete euch an, dass ihr wenigstens sieben Tage probeweise zu mir kommt und euch das nur mal anhört. Nur so eine Art Test mal machen, ihr müsst ja nichts drüber schreiben, probiert es doch mal. Aber alles bleibt vergeblich. Nach diesen Worten verblieben die Pilger dort stumm, verlegen geworden, mit gebeugten Schultern auf den Boden vor sich hin starrend, ohne eine Erwiderung zu finden, saßen sie da, als wie schon vom Tod im Geiste umgang. Da hat in der Erhabene sich gesagt, alle sind sie, diese eitlen Menschen vom Tode berührt, dem Bösen. Da auch nicht ein einziger sich entschließen mag, wohl an denn nur des Versuches halber wollen wir bei dem Asketen ein heiliges Leben führen. Sieben Tage, was liegt daran? Also das war Schluss und ich denke, das ist eine besonders tragische Situation aus verschiedenen Gründen. Einmal, diese ganze Truppe, das sind schon religiöse Aktivisten, das sind schon Sucher, das sind nicht irgendwelche Weltleute, die man auf eine neue Spur führen müssen. Es sind darüber hinaus sogar Profis, weil sie ihr ganzes Leben abgestellt haben auf eine spirituelle Praxis und nicht nur den Uposatat auch nahm. Sie sind ja schon asketisch unterwegs. Und was da passiert, ihnen begegnet auch ein Buddha, der ihnen nicht nur etwas über Karma und Dana erzählt, der ihnen die Spitzenlehre zeigt, der ihnen sozusagen den Ausgang präsentiert, also mehr kann man nicht verlangen, der auch nicht sagt, ihr müsst bei mir unterschreiben und dann ein Leben lang gefunden, sondern er sagt, probiert es nochmal, sieben Tage kann man doch mal für so eine Sache opfern, aber diesen kleinen Schritt können sie nicht über sich bringen, sie sind innerlich völlig blockiert. und das heißt in unserem Text wie vom Tode im Geiste umgarrt, umgarrt, wo Tod steht, steht in Palimaro, das kann man auch personifiziert verstehen, sie sind in dem Moment von Maro wirklich beeinflusst, ihr Geist ist besessen von falschen Vorstellungen, von falschen Ideen. Und das Verrückte ist, ich habe den Eindruck, dass sie das wieder besseres Wissen tun, sie haben ja eigentlich eingesehen, was los ist, und trotzdem kommen sie von ihrer Nummer nicht runter. Warum ist da nicht geschildert, aber man kann sich das leicht nachvollziehen, da ist man vielleicht jahrelang, jahrzehntelang auf einem Trip, macht was, intensiv, ist der Chef noch von einem Laden, und dann kommt ein anderer und sagt, lass es doch, macht was anders, dass man da entweder aus Bequemlichkeit heraus sagt, nee, man wolle in unserem Alter nicht nochmal was Neues anfangen, wir bleiben lieber bei dem, wo wir schon immer waren, oder auch, was oft eine Rolle spielt, der Stolz, man will sein eigenes Ding machen, und wenn der andere was Besseres hat, dann lässt man es beiseite liegen, weil man lieber seinen eigenen Mist pflegt, als das von einem anderen zu übernehmen. Also ihnen wurde, wenn man so will, der Schlüssel zur Freiheit auf dem Tablett hingehalten, aber sie haben ihn nicht ergriffen, wie die vorangehenden Beispiele, sondern sie haben es einfach ignoriert und diese große Chance verpasst. Schlussbemerkung. Ich will nochmal zurück auf die Frage, welche Motive hat man denn sich mit diesen Dingen zu beschäftigen. Ich habe am Anfang schon gesagt, es ist auch eine Möglichkeit, etwas über sich selbst zu erfahren, dass diese Beispiele, und es gibt ja noch andere mehr, eine Einladung sind auch zur Selbstreflexion. Wie war es denn bei mir? Wie ist denn die Konstellation bei mir gewesen, als ich den Buddha auf welche Art und Weise auch begegnet bin? War das nun schnelles Einklicken sofort am ersten Tag oder hat es zehn Jahre gedauert, bis ich so ein bisschen leises Interesse entwickelt habe? War da eine große innere Nähe da? Oder waren da eher Zweifel da? Waren da eher Ängste vielleicht auch da? War das das Ergebnis einer längeren Such? War das ein Zufallstreffer? Hat mich vielleicht jemand an die Hand genommen? Geh doch mal mit sozusagen durch Vermittlung von anderen. Wie war mein eigener Zugang? War nicht der Buddha für mich eine Vertrauensperson, wo ich in erster Linie aus innerem Vertrauen das an Praxis mache, was ich mache? Oder war der Buddha eher für mich eine Quelle der Weisheit, des Wissens, die ich und was sind die Kräfte, die in mir sind, die diesen Prozess am Leben erhalten? Gibt er diese fünf Grundkräfte, die wir brauchen? Vertrauen, Tatkraft, Achtsamkeit, Sammlung, Weisheit, was ist das bei mir? Ich will das nicht ausführlich vortragen, das sind ja nur so ein paar Gesichtspunkte, ein paar Indizien, mit denen man bei sich vielleicht ein bisschen nachgucken kann. Letztes Wort betrifft unser Treffen im September, da möchte ich das gern nochmal fortsetzen, weil ihr habt gemerkt, dass zum Beispiel auch die Frauen fehlen, die sollen im Döbben nicht fehlen, wir da auch ein paar Beispiele nochmal haben, positive und negative wie das im menschlichen Leben gemischt ist. Danke, das war es erstmal. Teil Untertitelung des ZDF, 2020